Ich spreche euch die Worte des Friedens, Allahu Akbar. Ihr werdet in wenigen Jahren ein dynamischer Staat sein. Allahu Akbar, Allah ist groß. Auch deine Tochter wird Muslime heiraten. Sie wird muslimische Lehre haben. Sie wird Arabisch in der Schule lernen. Kinder, du wirst es nicht verhindern können. In wenigen Generationen werden unsere Muslime stattdessen. Die Wehrheit im Bundestag wählen. Dann wird die Tariya gesetzt. Ihr werdet euch nicht gegen den guten, friedlich, heiligsten Islam, Allahu Akbar. In wenigen Generationen wird dieses Land Muslime sein. Eure Kinder werden Muslime. Sie wird muslimische Polizisten hier. Sie wird nicht miteinander weg.